hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer weiteren episode von let's play prince of persia freunde ich habe hier ein kleines dampfbad ehrlich gesagt gemacht alter schwede richtig geil ist aber frisch würde ich sagen oder freunde und falls du da draußen natürlich nicht den kanal abonniert hast dann lass mal gerne abo und like da damit du keine weiteren videos mehr verpasst und die lps genauso feierst wie ich es geht weiter mit der story hammerhart ehrlich wo sind wir denn hier gelandet das game sieht einfach unfassbar geil aus ich liebe dieses spiel also im wahrsten sinne des wortes krass warte mal ich glaube wir müssen hier hoch oder dem war wohl nicht so deswegen müssen wir unseren letzten speicherpunkt starten hier ach du schande war voll daneben entschuldige das war wirklich daneben freunde ach du schande ach du schande 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 ja das war richtig das war total daneben ach kacke ich war was ganz anderes jetzt habe ich verstanden was habe ich denn gemacht ich habe gar nicht nachgedacht gerade das war ich auch noch eben kaputt nehmen das alles auf weil das kann manchmal vielleicht auch unseren arsch retten so und jetzt können wir hier noch mal den schalter betätigen und springen dann direkt hoch rüber zack zack richtig geil ehrlich das ist so ein geiler ordner das ist für ein geiles level design ehrlich so ein krankes level design also sorry wie ich das so sage und die unnummer geiles level design wirklich ich könnte jetzt nicht genug bekommen ehrlich das spiel ist einfach heftig so jetzt müssen wir anscheinend hier über oh wie soll ich denn hier rüber warte mal ich habe eine idee so ha habe ich gut gelöst ich habe schon gedacht dass wir so springen müssen so und jetzt hier rüber wir hätten hier passiert was ich sehe es schon kommen die dächer komm mal wie krass das aussieht heftig was ist das für ein viech man greift er uns an was ist denn seine mission renn im dein leben scheiß egal er denkt ich bin käme salomon dann kann er weiter träumen der esel shit oh mein gott was ist denn hier los schnell spring voll heftig man ich hoffe auch nicht spring einfach um dein leben ehrlich dieser super ultra starke das ist einfach so der sieht aus wie diablo irgendwie von diablo 2 oder so fände ich hallo habe ich alle vermisst warte mal ich mache hier feuer hier zack 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 kommt hier alles schön rein und zack zack und jetzt bist du dran jetzt ist hier kein schamann so kollega was machst du hier ja wenn das in dein gehirn rein so das war denn hier aha ich glaube wir müssen das hier aktivieren das machen wir auch einmal bitte springen jetzt auch mal links bitte ja da gehe ich rein gerne doch ein sarkophag kaputt damit update verfügbar machen wir so warte mal bis gehen uns direkt bis ihr wisst ihr was freunde ich will ehrlich mal warte mal wirbelwind eis sturm erschafft eine welle aus eis die dem fall in ihrem weg das ist auch krass das mache ich auch jetzt gibt es so geile skills in dem spiel power angriff erhöht den schaden den du ich deine power angriffe verursacht das ist auch krass warte erstmal mache ich das so wir haben jetzt irgendeine ich weiß nicht was wir jetzt freigeschaltet haben aber es gibt so geile das haben die richtig geil gemacht mit den skills in dem spiel also da muss ich sagen wirklich das sind ja auch die anfänge von assassin's creed gewesen ich meine die haben sich ja wirklich gedanken darüber gemacht das nächste mal machen wir auf jeden fall energie slot würde ich sagen hey du ehrenmann ehrenloser penner es reicht jetzt mal reicht mit dir ganz ehrlich wie soll ich denn hier springen ach so komm schon ich bin mir sicher wir müssen auch irgendwann gegen den kämpfen oh shit hi alles klar bei euch so eis schon oha geil oh mein gott ist das geil junge ist das geil junge ist das geil man alter ist das geil mit dem eissturm geil junge ist das geil mit dem eissturm alter ist das ultra geil aber zieht zu viel namen war nach finde ich meiner meinung nach zu viel mana aber hier einmal ist eine reinhauen kommt schon wie viel hätte aus man alter wie viel hältst du aus kollege ja das sind dem eissturm geist ist krank ehrlich oh mein gott was für ein geiler skill geistes kranker skill ehrlich oh mein gott ehrlich ach du schande ehrlich so heftig heftig ohne scheiß richtig krank oha ey das ist wirklich krass ich krieg dir immer mehr du immer wenn ich bei solchen level bin kriege ich immer extrem durst ne wirklich ich weiß nicht warum ich hab das irgendwie in mir ich hab mal mega durstern ich hab mal mega durstern irgendwie führt der weg wir haben kaum mana noch das ist voll der kack super nervig ein bisschen mana wäre nicht schlecht das ist schon heftig so wo sonst noch lang wahrscheinlich hier oben lang oder so und dann hier lang oder ja anscheinend schon los geht's wow und da geht es dann weiter liebe freunde ich würde sagen wir haben auch jetzt schon so langsam aber sicher wieder die zeit gefüllt ich würde sagen wir sehen uns wieder in der nächsten folge haut rein mein name ist manik abo und like nicht vergessen ciao 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 bis zur nächsten folge 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 Vielen Dank.